Preis den Herrn. Das Wort Gottes ist so kostbar. Wie viele von euch haben schon Kairos-Momente erlebt? Ich staune, dass sich mein Sohn nicht meldet. Jedes Mal, wenn etwas Gutes passiert, sagt er, das war ein Kairos-Moment. Ich hatte in der Schule einen Kairos-Moment, ich hatte hier und dort einen Kairos-Moment. Ich werde heute ein bisschen mehr über ihn reden, weil er Geburtstag hat. Gestern Abend ist er zum letzten Mal als Zehnjähriger eingeschlafen und heute als Elfjähriger aufgewacht. Wie die Zeit vergeht, was? Preis den Herrn. In Römer 6, Vers 14 lesen wir, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das Wort herrschen ist das Wort Kyrio. Davon ist das Wort Kyrios für Herr abgeleitet. Die Sünde wird nicht euer Herr sein. Warum? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und ich merke immer wieder, dass dies die Botschaft ist, die mir besonders am Herzen liegt. Ich glaube, dass es in der Gemeinde ganz verschiedene Aufgaben und Dienste gibt, die Christus der Gemeinde geschenkt hat. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe, die ihm der Herr gegeben hat. Jeder soll ganz bestimmte Wahrheiten verkünden, die verloren gegangen sind. In meinem Fall ist das die Aufgabe, Jesus wieder in den Mittelpunkt der Gemeinde zu stellen. In den Mittelpunkt unseres Lebens. Und ich soll das Evangelium der Gnade predigen. Ich soll das Evangelium wiederherstellen, wie Paulus es ganz am Anfang gepredigt hat. Weil uns das fehlt, erleben wir so viele Krankheiten und moralische Schwäche und Versagen in der Gemeinde. Ich will euch etwas sagen. Menschen enden sogar im Ehebruch oder mit anderen Problemen, weil sie das Falsche glauben. Wir konzentrieren uns so sehr auf falsches Verhalten, dass wir die tiefere Ursache übersehen, den falschen Glauben. Dass man nicht glaubt, dass der alte Mensch gekreuzigt worden ist, dass wir nichts mehr mit dem alten Menschen zu tun haben. Statt das zu glauben, beschäftigen wir uns immer noch mit dem alten Menschen. Wir reden die ganze Zeit über ihn. Übrigens, mit altem Menschen meine ich nicht eure Väter, ihr jungen Leute. Ich meine damit euer Fleisch, den Teil von euch, der sündigen will. Dein altes Ich, das gestorben ist, sein Lebensstil, seine Prinzipien, seine Denkweise und seine Emotionen sind immer noch da, weil du lange danach gelebt hast. Die Sünde im Fleisch ist also immer noch da. Wir bezeichnen das als Fleisch. Es ist eine falsche Identität. Der Teufel will, dass du in dieser alten Identität lebst. Aber das ist eine falsche Identität. Das bist du nicht. Das ist nicht die richtige Identität. Du bist nicht sündig. Du warst ein Sünder. Du bist wiedergeboren. Wenn du wiedergeboren bist, bist du aus Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit erschaffen. Und alle Leute sagen Amen. Doch es mangelt an Erkenntnis. Es mangelt an Verkündigung. Und wir dürfen nicht den Leuten die Schuld dafür geben. Pastoren und Leiter, wir dürfen nicht den Leuten die Schuld geben. Die Leute glauben, was ihnen beigebracht wird. Es mangelt an der Verkündigung der Botschaft von Christus. Und damit ist nicht nur die Botschaft von Gottes Wort gemeint. Das kann jeder Teil der Bibel sein. Ja, alles darin ist vom Geist inspiriert. Aber besonders das Alte Testament muss in das Wort von Christus übersetzt werden. Versteht ihr? So wie Jesus es auf dem Weg nach Emmaus getan hat. Als Jesus auf dem Weg nach Emmaus aus dem Alten Testament lehrte, denn das war damals die einzige Schrift, die sie hatten. Was sagte Jesus dazu den beiden? Er erklärte ihnen die Tora und die Propheten. Er erklärte ihnen die alttestamentlichen Schriften, in denen es um ihn ging. Und das bewirkte etwas bei ihnen. Es erwärmte ihre Herzen. Es belebte sie geistlich. Und es hatte auch eine körperliche Wirkung. Es belebte sie, nachdem sie elf Kilometer von Jerusalem nach Emmaus gelaufen waren. Nachdem sie während des Weges von Jesus mit dem Wort gewaschen worden waren, gingen sie die elf Kilometer wieder zurück. Es war also auch körperlich etwas mit ihnen passiert. Und das geschah an einem Sonntag. Warum zeigte ihnen der auferstandene Christus all das, obwohl er so viel wichtigere Dinge zu tun hatte, nachdem er von den Toten auferstanden war? Ich bin sicher, dass er am ersten Tag viel Wichtigeres zu tun hatte, anstatt einfach mit den beiden zurückzugehen. Sie waren mutlos und niedergeschlagen. Warum sollte Jesus Zeit mit ihnen verbringen? Nun, ich glaube, dass er uns allen zeigen wollte, was wir an einem Sonntag tun sollen. Er ist an einem Sonntag von den Toten auferstanden. Ist euch aufgefallen, dass er den Jüngern stets sonntags erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war? Es gibt keinen genauen Bericht dazu, wann er Zeit mit ihnen verbrachte. Dort steht nur, dass er in diesen 40 Tagen Zeit mit ihnen verbrachte. Aber uns wird in den Evangelien gezeigt, dass Jesus den Jüngern einen Sonntag nach dem anderen erschien. Deswegen sagen manche, das sind Sonntagschristen. Ja, hoffentlich sind wir Sonntagschristen. Deswegen feiern wir am Sonntag Gottesdienst. Die Juden arbeiten und ruhen dann. Das ist der alttestamentliche Stil. Aber nun ist das Neue Testament da. Wir haben einen neuen Bund. Wir gehen zuerst in die Ruhe ein. Der Tag, an dem Jesus auferstand, ist unser erster Tag. Wir ruhen zuerst und dann können wir arbeiten. Das gilt auch für unser geistliches Leben. Nur wenn wir in die Ruhe eingehen, können wir arbeiten. Könnt ihr mir soweit folgen? Es wird dich von Stress, Ängsten, Sorgen, Befürchtungen, Zweifeln und auch von jeder Depression befreien, an der du vielleicht leidest, wenn du diese Wahrheit vom Wort von Christus kennst. Bist du bereit? Bist du bereit, mehr zu empfangen? Hier steht also, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ihr habt sicher schon gehört, wie Menschen sagen, pass auf mit der Gnade. Sei vorsichtig mit dieser Lehre der Gnade. Was meint ihr, wer hinter diesen Verleumdungen über die Lehre der Gnade steckt? Was meint ihr, wer dahinter steckt? Es muss der Feind sein. Warum? Weil er das weiß. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Wann? Wenn ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Er wird sich also bemühen, dich davon fernzuhalten. Und er wird so geistlich klingen, dass du ein schlechtes Gewissen haben wirst, wenn du nicht unter dem Gesetz bist. Er wird sich bemühen, die Gnade anzugreifen und dem Ansehen derer zu schaden, die Gnade predigen. Damit du keine Wahl hast, als dich nur mit dem sicher zu fühlen, das alt und vertraut ist, nämlich mit dem Gesetz. Pass also auf. Bist du aus der Gnade gefallen? Und hier heißt es nicht, bist du von der Gnade herübergewechselt, sondern bist du aus der Gnade gefallen, denn die Gnade ist immer höher. Amen? Nachdem Gott am Berg Sinai das Gesetz gab, starben 3000 Menschen. 3000 Menschen starben. Und die Juden werden dir sagen, dass das Gesetz am allerersten Pfingstfest gegeben wurde, 50 Tage nachdem Jesus buchstäblich am jüdischen Passerfest gestorben war. Alle sieben Feste der Israeliten in 3. Mose 23, die von vielen Juden heute noch gefeiert werden, all diese sieben Feste weisen auf Jesus Christus hin. Auf sein vollendetes Werk, sein vollkommenes menschliches Leben. Das Speisopfer weist auf sein vollkommenes menschliches Wesen hin. Dann gibt es noch das Ola, das Brandopfer, und das Sündopfer. Es gibt das Übertretungsopfer, und es gibt das Friedensopfer. Das umfasst auch Gesundheit und Heilung, denn das Wort Shalim oder Shalom steckt in Shelamim, dem hebräischen Wort für Friedensopfer. Shalom betrifft jeden Teil deines Geistes, deiner Seele und deines Körpers. Diese Geheimnisse stecken im Friedensopfer. Die sieben Feste Israels stellen also dar, was Jesus getan hat. Jesus ist buchstäblich gestorben, und ich glaube, dass er zum Laubhüttenfest geboren wurde. Deswegen steht in der Bibel, er wohnte unter uns. Auf Griechisch steht dort wörtlich, er tabernakelte unter uns, das Wort für das Laubhüttenfest. Er wurde zum Passerfest gekreuzigt. Zum Fest der Erstlingsfrüchte ist er auferstanden, weil er die erste Frucht ist. 50 Tage nach dem Passerfest standen sie am Fuß des Berges Sinai. Und was geschah? Dort wurde ihnen das Gesetz gegeben, und 3000 Menschen starben. In der Bibel steht, der Buchstabe tötet, das Gesetz tötet, aber der Geist schenkt Leben. Und dann haben wir das Pfingstfest. Damit feiern sie den Tag, an dem die Tora gegeben wurde. Wenn man heute mit einem Juden spricht, der seine Bibel kennt, und ihn fragt, an welchem Fest das Gesetz gegeben wurde, was wird er dann sagen? Nicht das Passerfest, nicht das Laubhüttenfest, sondern das Pfingstfest. Sie nennen es Shavuot. Amen. Sie feiern dort, dass das Gesetz gegeben wurde. Wir feiern zu Pfingsten, was in Apostelgeschichte 2 geschah. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, gab Gott, was gab er? Den Geist. Er kam wie ein brausender, mächtiger Wind, als könne er es nicht erwarten, die Gläubigen zu erfüllen. Und er erfüllte sie alle. Wir feiern also Pfingsten als den Tag, an dem der Heilige Geist gegeben wurde. Das Versprechen an Abraham wurde erfüllt. Und was geschah? 3000 Menschen wurden durch die Predigt von Petrus zu Pfingsten gerettet. Das zeigt uns, dass man unter dem Gesetz stirbt. Aber unter der Gnade lebst du. Am Gesetz selbst ist nichts falsch. Die Moral des Gesetzes ist etwas, an das wir uns immer noch halten sollen, nicht wahr? Aber ich will es so sagen. Nicht wir müssen es halten. Vielmehr wird es in uns gehalten, wenn wir in diesem Bewusstsein fließen. Aber der Teufel will, dass wir uns auf das Gesetz konzentrieren und versuchen, es zu halten. Und genau das tun viele Menschen. Und dadurch fallen sie unter Römer 7. Paulus sagt, je mehr ich versuche, das zehnte Gebot zu halten, du sollst nicht auf das neidisch sein, was anderen gehört, je mehr ich versuche, nicht neidisch zu sein, desto mehr entdecke ich alle möglichen Gelüste in mir. Es schürt sie. Du sollst nicht begehren. Je mehr ich versuche, nicht zu begehren, desto mehr begehre ich. Der Teufel will dir also das Gesetz ins Bewusstsein rufen. Denn je mehr du versuchst, es zu halten und deine menschliche Kraft aktivierst, desto eher wirst du fallen. Und du weißt nicht einmal, wie du fällst. Du fällst einfach sofort und weißt nicht einmal, wie du gefallen bist. Es fängt alles damit an, dass du versuchst, gut zu sein und zu tun, was gut ist. Hört ihr? Einmal ging eine Gruppe von Jungen an einem Gewächshaus vorbei. Ihr kennt ein Gewächshaus, oder? Es besteht aus viel Glas. Und es geschah nichts. Sie dachten sich nichts. Aber am Ende der Straße stand ein anderes Gewächshaus und dort stand ein Schild. Keine Steine werfen. Zerbrechlich. Es war niemand da. Ein Junge schaute den anderen an, ein anderer schaute wieder einen anderen an. Was glaubst du, was sie dachten? Beim ersten Gewächshaus dachten sie gar nichts. Das Gewächshaus ist nicht das Problem. Auch die Schilder beim anderen sind nicht das Problem. An den Schildern ist nichts falsch. Aber am Fleisch ist etwas falsch. Das Fleisch braucht ein Gesetz, um aktiviert zu werden. Deswegen steht in der Bibel, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Am Gesetz ist nichts falsch. Das Gesetz ist heilig, gerecht und tadellos. Amen? Aber es kann dich nicht gerecht machen. Es kann dich nicht heilig machen. Wie wirst du also heilig? Nicht indem du dich auf das Gesetz konzentrierst, sondern indem du dich auf Jesus konzentrierst. Wir sollen in ihm wandeln. Und dann musst du dir auch keine Sorgen um das Gesetz machen. Das Gesetz ist beschränkt. Das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es gibt Menschen, die nicht die Ehe brechen, weil sie zum Beispiel kein Geld dafür haben. Sie können es in Gedanken tun, aber nicht körperlich, weil in manchen Fällen nicht in allen. Manche begehen ihren Frauen gegenüber keinen Ehebruch, aber sie lieben ihre Frauen auch nicht. Ist das Gottes Wille? Nein. Aber wenn du dich mit Christus beschäftigst, wird er dir Liebe zu deinem Ehepartner schenken. Amen? Wenn du in der Gnade lebst, wirst du jeden lieben, selbst die, die gegen dich sind und dir widersprechen. Ich sage dir, dann wird dein Herz mit Liebe zu ihnen erfüllt. Du wirst Mitleid mit ihnen haben. Es ist schwer, über eine lange Zeit Bitterkeit mit sich herumzutragen. Sie tun dir leid. Wenn die Leute schlecht über mich schreiben, fragen mich manche, Pastor, ich hoffe, es geht dir gut. Macht euch keine Sorgen um mich. So etwas sagte Jesus auch zu den Leuten, als er sein Kreuz trug. Was sagte er da? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er sagte, weint nicht um mich, ihr Töchter Jerusalems, sondern weint um euch und eure Kinder. Amen. Keiner von uns kann an andere denken, wenn er leidet. Wir denken nur an uns. Aber Jesus hatte Zeit, um an andere zu denken. Wie selbstlos, wie wunderschön seine Moral ist. Seine moralische Schönheit und Vortrefflichkeit zeigen sich gerade dort, wo er leidet. Amen. Selbst am Kreuz tröstete er den Verbrecher, der sagte, Herr, denk an mich. Jesus sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er dachte an seine Mutter und den Kummer eines Mutterherzens. Und er sagte zu Johannes, sie ist jetzt deine Mutter, kümmere dich um sie. Und die ganze Zeit dachte er an uns, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ach, wären wir nur wie Jesus. Wenn ich mich anschaue und du hoffentlich dich anschaust und dich mit unserem Herrn Jesus vergleichst, siehst du da, wie wenig wir davon erreichen. Wir sind jeden Tag gereizt. Wir wissen nicht, warum. Wir sind einfach gereizt. Der Teufel will, dass du dir Mühe gibst, nicht gereizt zu sein, dass du versuchst, es zu unterdrücken. Aber das ist der sichere Weg, um noch viel gereizter zu werden. Wie kommst du da also wieder raus? Indem du dich auf Jesus konzentrierst, nicht auf das Gesetz. Also noch einmal, wir sind für das Gesetz, aus dem Grund, aus dem Gott es gegeben hat. Nicht, damit der Mensch dadurch gerettet wird. Ist euch das klar? Weiter. Als Gott die Israeliten aus Ägypten herausführte, gab es noch keine zehn Gebote. Sie waren noch nicht gegeben worden. Sagt Amen. Einen Moment lang habe ich gedacht, ich würde in einer anderen Gemeinde predigen. Na gut, noch einmal. Habe ich recht, New Creation Church? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Als Gott sie aus Ägypten herausführte, kannten sie da die zehn Gebote? Nein, sie waren noch nicht gegeben worden. Der Berg Sinai lag vor ihnen, falls ihr die Reihenfolge nicht kennt. Die kamen sie aus Ägypten heraus? Durch das Blut des Lammes. Waren sie gute Menschen? Wurden sie befreit, weil sie gut waren? Nein, sondern weil er gut ist. Es ist seine Güte. Dann führte er sie durch das Rote Meer, nicht wahr? Hinter ihnen kamen die marodierenden Truppen des ägyptischen Heeres. Vor ihnen lag das tiefe, tiefe Rote Meer. Und sie murrten. Murren ist eine Sünde. Aber Gott schien gar nicht auf ihre Sünde einzugehen. Er behandelte sie auf der Grundlage des Bundes mit Abraham, dem Abrahamischen Bund der Gnade. Und Gott teilte das Meer. Was für ein Bund. Es scheint, als würde Gott ihr Murren gar nicht beachten. Gott führte sie durch das Rote Meer, weil er treu ist, nicht weil sie treu waren. Auf der anderen Seite murrten sie wieder, weil sie nach drei Tagen kein Wasser hatten. Sie murrten über das bittere Wasser von Mara. Doch Gott heilte das Wasser, trotz ihres Murrens. Und Gott sagte, ich bin der Herr, der dich heilt. Amen? Sie murrten, dass es kein Essen gab. Gott gab ihnen Manna vom Himmel. Jeden Tag bekamen sie die Nahrung von Helden. Sie mussten sich keine Sorgen machen, ob es Bio war oder ob künstliche Aromen oder Farbstoffe darin steckten. Es war reines Manna vom Himmel. In dem Psalmen steht, die Menschen aßen das Brot der Engel. Sperr den Mund auf. Und das jeden Morgen. Und es sieht aus, als wäre auf dem Weg von Ägypten bis zum Fuß des Berges Sinai niemand gestorben. Selbst durch das Rote Meer und all die Unbeständigkeiten hindurch, die sie erlebten. Sie erreichten den Berg Sinai. Und obwohl sie murrten und sündigten, sie sündigten auf jedem Schritt des Weges, starb niemand. Das hat mir der Herr vor vielen Jahren gezeigt. Und es hat diesen Dienst angestoßen. Meinen Dienst. Ich habe es überprüft. Und viele Menschen auf der ganzen Welt haben es überprüft, seit ich das sage. Sowohl Menschen, die meine Arbeit unterstützen, als auch Menschen, die mich kritisieren. Sie haben es überprüft. Keiner kann kommen und sagen, dass in dieser Zeit jemand gestorben ist. Keiner starb, obwohl sie sündigten. Doch nach dem Berg Sinai passierte etwas. Nachdem das Gesetz gegeben war, geschah etwas. Wenn sie dann murrten, tot. Nicht wahr? Was heißt das? Sie starben. Sie starben, okay? Wenn sie murrten, starben sie. Wenn sie murrten, starben sie. Moment. Es war doch der gleiche Gott. Aber es war ein anderes System. Es ist wie in einem der Hotels, in denen ich in Israel gewohnt habe. Ich sage nicht genau, welches es ist, um niemanden zu beschuldigen. Und damit ihr nicht sagt, bei diesem Hotel muss man aufpassen. Nein, nein. Wir waren beide dort. Ein Pastor und ich. Einer der Pastoren war dabei. Und wir haben darüber geredet. Das System hatte sich verändert. Die Sicherheitsmaßnahmen waren nicht mehr so gut. Jeder konnte einfach einen Knopf drücken und hochfahren. Und wir dachten, wieso ist das so? Aber später sah ich ein Schild, auf dem stand, unter neuer Leitung. Ein anderer Hotelkonzern hatte dieses Hotel übernommen. Ich weiß nicht wann. Vielleicht letztes Jahr. Es gab also ein neues Management. Und sie haben ihren eigenen Stil der Verwaltung. Ich fand ihn nicht so gut wie den Alten. Ich hätte mir gewünscht, dass der Alte geblieben wäre. Es war noch das gleiche Gebäude, das gleiche Hotel. Hör zu, das Gesetz ist ein System. Die Gnade ist auch ein System. Das Gesetz fordert. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Die Gnade sagt, Gott sagt, ich werde dies für dich sein. Ich werde dir jenes geben. Ich werde dies für dich tun. Sie konzentriert sich auf Gottes Ich werde. Was bedeutet das? Sich auf Gott zu konzentrieren. Unter dem Gesetz liegt der Blick auf dir. Das Gesetz blickt auf dich und deine Kraft. Du sollst nicht. Aber das Problem ist, dass der Mensch diese Kraft nicht hat. Das ist das Problem. Der Mensch ist bankrott. Das Gesetz wurde also einem bankrotten Menschen gegeben. Warum? Weil er stolz ist. Am Fuß des Berges Sinai passierte also etwas. Ich sage es auf Hebräisch. Die Israeliten sagten, Kol ascher diber Adonai. Das bedeutet, alles was Gott sagt. Kol ascher diber Adonai na'asseh. Na'asseh bedeutet, wir können es halten. Wir können das. Es ist ein bekräftigendes Wort. Später fügten sie das Wort Venishma hinzu, was sogar noch stärker ist. Und wir werden es befolgen. Wir werden es halten und befolgen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie die Zehn Gebote noch gar nicht gehört hatten. Und eigentlich weiß das jeder. Wenn einem jemand ein Blatt Papier mit einem Vertrag reicht, unterschreibt man nicht, ohne die Bedingungen gelesen zu haben. Man unterschreibt nichts, nur weil jemand sagt, weißt du was? Vertrau mir, unterschreib es einfach. Nicht wahr? Gott hatte ihnen die Zehn Gebote noch gar nicht gegeben. Aber in diesem Moment sagten sie schon, alles was Gott sagt, können wir tun. 2. Mose 19. In 2. Mose 20 gab Gott ihnen die Zehn Gebote. Nachdem er gesagt hatte, sag ihnen, dass sie nicht näher kommen sollen. Mit anderen Worten, Gott hatte vorher nie in diesem Ton mit ihnen geredet. Der Ton hatte sich verändert. Gott sagte, ihr wollt also mit mir auf dieser Grundlage verkehren? Auf der Grundlage dessen, wie gut und treu ihr seid und wie ihr das Gesetz haltet? Sie hatten gerade versprochen, dass sie es halten würden. Und daraufhin sagte Gott, dann wird es ab jetzt so sein. Ich bin heilig. Es ist so, wie Sonne und Schlamm nicht zusammen existieren können. Schlamm ist kein Schlamm mehr und wird zu Lehm, wenn die Sonne mit dem Schlamm in Berührung kommt. Nicht wahr? Gott ist heilig. Der Mensch ist sündig. Und wer wird vernichtet, wenn die beiden sich begegnen? Versteht ihr? Gott hat den Menschen nicht sündig geschaffen. Der Mensch hat sich selbst sündig gemacht. Das geht auf den Garten Eden zurück. Gott sagt also hier zu den Israeliten, kommt in eurem eigenen Interesse nicht näher. Gott hatte nie in diesem Ton mit ihnen gesprochen, als er sie aus Ägypten herausführte. Er hatte sie mit einer Wolkensäule und einer Feuersäule geführt. Wie ein Hirte und die Herde, die ihm folgt. Er war ihnen ganz nah, ganz vertraut. Aber sobald der Mensch sich auf seine Selbstgerechtigkeit und seine Stärke verließ, änderte sich das. Das ist die schlimmste Art von Sünde. Die Pharisäer kannten ihre Bibel durch und durch. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Pharisäer sich des Ehebruchs schuldig gemacht hatten. Äußerlich kann man es nicht sagen. Äußerlich wirkten sie moralisch. Sie wirkten rein und perfekt verglichen mit den Leuten, mit denen Jesus Zeit verbrachte. Steuereintreibern, Prostituierten und so weiter. Er vergab ihnen und heilte sie. Aber wir finden keinen Bericht darüber, dass Jesus einen Pharisäer heilte. Er heilte viele der sozial Ausgestoßenen, weil sie wussten, dass sie Sünder waren. Doch die Pharisäer konnten all das nicht empfangen. Sie waren selbstgerecht. Und das ist die schlimmste Art von Sünde. Wenn du selbstgerecht bist, führt das zu allen möglichen Sünden. Seht ihr, was geschah, als sie sagten, alles, was Gott sagt, können wir tun? Was geschah als nächstes? Erst einmal wurden die zehn Gebote gegeben. Und was ist das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sobald sie sagten, alles, was Gott sagt, können wir halten, passierte es. Was geschieht, sobald man sich unter das Gesetz stellt? Sie brachen das erste Gebot. Sie bauten sich ein goldenes Kalb. Seht ihr das? Wer also die Meinung vertritt, man müsse sich bemühen, das Gesetz zu halten, führt die Menschen damit eigentlich direkt in die Sünde. Lass das mal einen Moment wirken. Das sind diejenigen, die dafür eintreten, dass Menschen sich des Gesetzes bewusst werden und das Gesetz auswendig lernen sollen, die Gebote und so weiter. Es ist erstaunlich, dass Kinder das gar nicht können. Sie können sich die zehn Gebote nicht einmal merken. Aber wenn man sie nach Johannes 3, Vers 16 fragt, sagen sie, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er, der Heilige Geist wird dich nie dabei unterstützen, das Gesetz auswendig zu lernen. Was ist das dritte Gebot? Selbst wenn man die fragt, die das Gesetz verteidigen, was ist das dritte Gebot? Schauen sie einen nur an und rucksen herum. So viel zum Eintreten für das Gesetz. Was ist das sechste Gebot? Und dann raten sie, du sollst nicht stehlen? Nein, du sollst nicht lügen. Ich weiß es auch nicht, aber lüge bitte nicht. Doch ist mein Leben durch die Gnade Gottes nun ein sündiges Leben? Natürlich sieht Gott Dinge, die kein Mensch sieht. Aber ich sage dir jetzt etwas. Ich liebe es, mich in Jesus zu verlieben. Ich liebe jeden Gedanken, jeden Tag immer mehr von ihm zu erkennen. Und hinter mir steht keine andere Frau als meine Ehefrau. Na gut, es gibt noch eine andere Frau, die ich liebe, meine Tochter. Ja, sie ist die Einzige, zu der ich ich liebe dich sage und sie daraufhin antwortet, ich liebe dich auch. So ist das. Ich werde es diese paar Jahre lang noch genießen, bevor sie mir gestohlen wird. Wer sie stehlen will, sollte übrigens bedenken, mich für den Rest seines Lebens als seinen Schwiegervater am Hals zu haben. Das kann ich dir also sagen. Und ich will damit niemandem einen Vorwurf machen, der geschieden ist oder wieder verheiratet ist. Hört zu. Wir alle wissen, dass es Gnade gibt, preist den Herrn. Aber manche Leute denken, dass ich Gnade predige, weil Wendy vielleicht nicht meine erste Frau ist. Nein, sie ist meine erste Liebe und Frau, okay? Die erste Liebe und meine einzige, letzte Liebe ist meine Frau Wendy. Okay? Apropos Moral. Sag nicht zu anderen, weißt du, diese Gemeinde redet über Gnade, aber dort passieren lauter sündige Dinge. Wenn du genau hinschaust, wirst du überall Menschen finden, die in Sünde leben. Sie kommen in jede Gemeinde. In deiner Gemeinde gibt es sie auch. Aber ich kenne Menschen, die in unsere Gemeinde kommen und feststellen, dass unsere Leute unglaublich sind. Sie sagen, sogar eure Platzanweiser sind voller Licht und Strahlen. Das haben wir auch in einem Hotel erlebt. Solche Zeugnisse hören wir oft. Nicht wahr, Lawrence? Leute sagen immer wieder, was ist mit euch allen los? Manchmal denken sie, wir seien Promis, weil Lawrence dabei ist. Sie fragen, seid ihr Promis? Was für Leute seid ihr? Sie sagen nämlich, ihr scheint alle zu leuchten. Ihr seid immer so fröhlich, voller Freude im Vergleich zu anderen Leuten. Und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Wir lachen nur über die Witze von Pastor Mark und haben eine gute Zeit. Dein Licht strahlt, ohne dass du es merkst. Und die Leute beobachten das. Wahre Heiligkeit ist also etwas Unbewusstes. Wenn du dich mit Christus beschäftigst und nicht mit dem Gesetz, wirst du heilig. Das ist echte Heiligkeit. Und nun möchte ich euch fragen, wie ist es zum goldenen Kalb gekommen? Das ist die Sache, die ich klarmachen will. Wie ist es zum goldenen Kalb gekommen? Ihr wisst alle, was passiert ist, oder? Lesen wir 2. Mose 32. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, warum war er auf dem Berg? Um die zehn Gebote herunterzubringen. Habe ich recht? Auf zwei Steintafeln. Mose stieg hinauf und sagte, Gott, die Leute haben Hunger. Und Gott sagte, hier, nimm diese Tafeln. Da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Hier ist eine prophetische Wahrheit. Denk jedes mal daran, wenn du dich mit dem Alten Testament beschäftigst, dass hier Bilder sind. Vom griechischen Typos, Bild. Und man kann viel aus den Details darin lernen. Die Lehre im Neuen Testament ist ziemlich klar. Aber im Alten Testament sind die Details verborgen. Sie sind darin verborgen, damit wir sie studieren und herausholen sollen. Es ist also nicht wörtlich gemeint. Vieles davon sind Schatten oder Bilder. Das Gegenstück dazu, das Wesen selbst, finden wir im Neuen Testament. Das ist also noch etwas anderes. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, das ist wieder ein Bild für die Endzeit. Die Gemeinde wird unmoralisch und lebt in Sünde, weil sie sagt, dass der Herr sein Wiederkommen hinauszögert. Aber bei allen, die stets auf das Wiederkommen des Herrn vorbereitet sind, passiert das Gegenteil. Was geschah also? Nächster Vers. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Damals trugen sie also goldene Ohrringe, okay? Erinnert ihr euch an die Geschichte von Rebekah, die ich einmal erzählt habe? Nachdem sie allen Kamelen von Abrahams Diener Wasser gebracht hatte, holte Abrahams Diener einen goldenen Ohrring heraus. In manchen Übersetzungen, zum Beispiel der, die wir in dieser Gemeinde verwenden, steht goldener Nasenring. Es kann also entweder ein Nasenring oder ein Ohrring sein. Es kann beides sein. Ich tendiere eher zu Ohrring. Und hier geht es eindeutig um Ohrringe. Warum? Weil hier steht, reiß die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren sind. Das kann also kein Nasenring sein. Und im nächsten Vers steht, da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren. Es wird also betont. Schauen wir uns die Geschichte von Rebekah im ersten Buch Mose an. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring. Denk einfach daran, wenn du in einer anderen Übersetzung Nasenring liest. Das ist einfach eine Meinung, okay? Ich glaube, dass es ein Ohrring ist, weil hier das gleiche Wort verwendet wird, Nezem, Ohrring. Gold, Zahav. Nezem, Zahav. Ohrring aus Gold. So heißt es auf Hebräisch. Also das gleiche Wort wie das, was wir gerade gelesen haben. Aber siehst du das? Einen halben Schäkel schwer. Einen halben Schäkel schwer. Behaltet das im Hinterkopf, okay? Zurück zur Geschichte. Wir fragen uns, wie das goldene Kalb entstanden ist. Denn hör zu. Wenn du das weißt, wirst du die Antwort für deine Gesundheit, deine Heilung oder alles andere finden, was du von Gott bekommen möchtest. Ich meine es ernst. Reiß die goldenen Ohrringe ab. Im nächsten Vers, in Vers 4 heißt es, und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Über das goldene Kalb denken wir immer, ja, das ist ein Götze, ein goldenes Götzenbild. Aber es ist mehr als das. Was bedeutet es heute? Was ist ein goldenes Kalb? Bedeutet es, dass wir nicht kreativ sein und Kunst erschaffen dürfen? Nein. Schau her. Sie machten ein goldenes Kalb. Er nahm es aus ihrer Hand entgegen. Im Bericht über den Märtyrer Stephanus steht, dass er in seiner berühmten Predigt sagte, indem sie zu Aaron sprachen, mache uns Götter. Er spricht hier über das gleiche Ereignis. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich. Woran? An den Werken ihrer Hände. Sie freuten sich an den Werken ihrer eigenen Hände. Das ist das Problem. Das gleiche Problem, das die Menschen heute haben, wenn sie sich über ihre Anstrengung, ihre Kraft, ihre Klugheit und ihre Kompetenz freuen. Sie sagen, ich habe es selbst bis zum Millionär gebracht. Statt Gott zu vertrauen, Gott die Ehre zu geben und Gott als die Kraft ihres Lebens zu betrachten, betrachten sie ihr eigenes Ich als ihre Kraft. Doch wenn du dich auf deine eigene Kraft verlässt, gibt es ein Verfallsdatum. Auch als junger Mensch, deswegen heißt es, junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, werden laufen und nicht matt werden. Gott sagt also, verlass dich nicht auf deine eigene Kraft. Beim Gesetz geht es also immer um das, was natürlich ist und was für Menschen natürliche Kraft ist. Du sollst nicht, du sollst nicht. Gebrauche deine eigene Kraft. Genau diese Kraft bringt dich zum Sündigen. Am Gesetz selbst ist nichts falsch, aber in Kombination mit deinem Fleisch bringt es dich dazu, zu sündigen. Das kannst du in Römer 7 nachlesen. Paulus hat es erlebt. Zurück zu unserem Thema. Wenn das so ist, haben wir hier den Schlüssel zum Empfangen von Gesundheit und Heilung gefunden. Wenn das so ist, was ist dann dieser goldene Ohrring, den der Teufel von uns fernhalten will? Reißt die goldenen Ohrringe ab. Nehmt die goldenen Ohrringe weg. Woran erinnert das Wort Ohrring? Sehr gut. Diese Gemeinde ist so klug. Ohrring erinnert uns ans Hören. Goldener Stern, goldener Ohrring. Das Wort Gold weist auf etwas Göttliches hin. Darin steckt also etwas Göttliches. Hört ihr Leute? Sie opferten also ihre goldenen Ohrringe für das Werk ihrer Hände. Gehen wir zum Galaterbrief. Das ist ein Problem, mit dem jede Gemeinde zu kämpfen hat und das jede Gemeinde erlebt, wenn sie sich fragt, warum gibt es keine Erweckung? Warum gibt es keine Heilungen? Warum passieren in meiner Arbeit, in dieser Gemeinde oder in meinem Leben keine Wunder? Schauen wir uns Galater 3 an. Das allein will ich von euch erfahren. Und schon, dass Paulus hier sagt, das allein, zeigt, dass die Gemeinde nicht auf diese eine Sache achtet. Sie konzentrieren sich auf viele andere Dinge, statt auf dieses eine, über das Paulus sagt, dies allein. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Eure eigene Anstrengung? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Das ist der goldene Ohrring. Ich habe euch vorhin gerade gefragt, ob ihr euch an Rebekah erinnern könnt. Der Diener gab Rebekah einen goldenen Ohrring. Wie schwer war er? Einen halben Schäkel. Sehr gut. Dort taucht zum ersten Mal der halbe Schäkel auf. Warum ist das wichtig, Pastor Prince? Wer von euch möchte ein bisschen in die Tiefe gehen? Ein halber Schäkel wird als Sühnegeld verwendet. Jedes Mal, wenn Israel gezählt wurde, wie viele Menschen zum Stamm Judah gehören, wie viele zu Simeon, wie viele zum Stamm Asser, musste jeder von ihnen einen halben Schäkel bezahlen. Jeder musste einen halben Schäkel bezahlen. Ob jung oder alt, reich oder arm, jeder musste einen halben Schäkel bezahlen. Das sollte zeigen, dass etwas gezählt wurde, was ihnen nicht gehörte. Wir zählen nur Dinge, die uns gehören. Wir zählen nicht, was anderen gehört. Wir zählen, was uns gehört. Wenn du an deinen Besitz denkst, dein Geld oder was auch immer, zählst du die Dinge, die dir gehören. Das sagte Gott zum König von Israel. David scheiterte hier einmal und deswegen wurde das Volk von einer Seuche heimgesucht. Er zählte den Menschen, ohne das Sühnegeld zu erheben, ohne daran zu denken, dass die Menschen vom Herrn erkauft sind, ihm nicht gehören. Wir sind alle durch das Blut von Jesus erkauft. Wir gehören uns nicht selbst, Freunde. Wir sind erkauft mit dem Blut von Jesus. Das Gewicht war also ein halber Schäkel. Und in Israel nahmen sie einen halben Schäkel Silber, das Bild einer durchschnittenen Münze, weil Jesus am Kreuz durchschnitten wurde. Es war eine Silbermünze. Silber ist immer das Bild der Erlösung. Sehr gut. Wunderbar. Machen wir weiter. Das hilft mir sehr. Preis den Herrn, dass ich es nicht detailliert erklären muss. Nachdem all die halben Schäkel eingesammelt worden waren, wurden sie eingeschmolzen und zu silbernen Sockeln verarbeitet, um die Stiftshütte zu bauen, ein Bild für die Gemeinde. Und so bauten sie die Stiftshütte. Seht ihr das? Sie besteht aus Holz, das mit Gold überzogen wurde. Du und ich sind wie Holz. Holz ist ein Bild für Menschlichkeit. Aber wir sind mit Gold überzogen, mit Jesus Christus. Wir sind alle in Christus. Amen. Amen. Ich habe meinem Sohn gerade gestern Abend als Geburtstagsgeschenk gesagt, denk immer daran, dass du reich gesegnet, stark begünstigt und tief geliebt bist. Warum? Weil du in Christus bist. Ich hatte ein kleines schwarzes Buch und ein anderes größeres Buch und sagte zu ihm, das bist du mit all deinen Sünden. Aber Gott hat dich in Christus hineingelegt. Deswegen bist du reich gesegnet. Es hat nichts mit deinen Leistungen zu tun, sondern damit, wer du in Christus bist. Du bist reich gesegnet. Du bist stark begünstigt. Du bist tief geliebt. Ganz gleich, ob irgendwer schlechte Dinge über dich sagt oder in der Zukunft böse zu dir ist. Selbst wenn es deine Freunde oder Feinde sind. Wer sind sie schon? Sie sind nur Menschen mit Schwächen. Aber Gott ist vollkommen. Und Gott sagt, du stehst in meinen Augen hoch in meiner Gunst. Du bist tief geliebt. Amen. Wir sind also alle in Christus. Aber seht ihr, woraus unser Fundament besteht? Wir stehen nicht auf unsicherem Sand, der vom Wüstenwind hierhin und dorthin geweht wird. Nein. Selbst wenn wir in der Welt sind, sind wir nicht von dieser Welt. Wir stehen auf festem Silber. Auf festem Silber. Wir stehen auf dem Boden der Erlösung. Durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade, auf der wir stehen, zu dieser Gunst. Wir sind nicht den Elementen ausgesetzt. So stabil ist die Stiftshütte, weil sie auf festem Silber steht. Und dieses Silber kommt von dem halben Schäkel der Menschen. Sie schmolzen es ein und machten silberne Sockel daraus. Versteht ihr das soweit? All das ist eine Erklärung zum goldenen Ohrring. Zurück zur Geschichte. Ich zeige euch jetzt die Interlinearversion. Wir schauen uns doch einmal den goldenen Ohrring an. Da riss sich das ganze Volk. Und in dieser Version lesen wir das Hebräische von rechts nach links. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und brachten sie zu Aaron. So liest man es. Und seht ihr, vor dem Wort Ohrringe, Aleph Tav. Einige von euch wissen es. Damit ist Jesus Christus gemeint. Deswegen wollte der Teufel nicht, dass sie goldene Ohrringe hatten. Denn es ist das Hören auf die Botschaft von Jesus Christus. Es ist nicht nur das Hören auf irgendeine Botschaft, sondern auf die Botschaft von Christus. Galater 3. Wer von euch will den Heiligen Geist? Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Durch Anstrengung, durch religiöse Werke, gute Taten? So bekommt man ihn nicht, sondern durch die Verkündigung vom Glauben. Und die Verkündigung vom Glauben ist die Verkündigung von Jesus Christus. Gehen wir ganz kurz zu Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus. Manche sagen, das heißt, dass Christus zu einem spricht. Natürlich entsteht Glaube, wenn Christus zu dir spricht. Und er spricht noch heute zu uns. Aber das hier ist nicht gemeint. Der Kontext hier ist, dass ein Prediger von Christus spricht. In der neuen evangelistischen Übersetzung wird das gut ausgedrückt. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. So entsteht Glaube. Also achte darauf, wem du zuhörst und welche Predigten du hörst. Dass es um Christus geht. Dass Christus im Mittelpunkt steht. So kann das Hören der Botschaft in deinem Leben etwas bewirken. Und was passiert durch das Hören der Botschaft? Dann empfängst du den Heiligen Geist. Und nicht nur das. Zurück zu Galater 3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Warum weist er sie zu Recht? Weil sie unter der Gnade angefangen hatten. Doch nun kamen auf einmal einige Lehrer aus Jerusalem, die ihnen sagten, sie müssten unter dem Gesetz sein. Also stellten sie sich unter das Gesetz. Sie vermischten Gesetz und Gnade. Und Paulus sagt, dass das unverständlich ist. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Und dann stellt er die Frage, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der Gott euch nun den Geist darreicht. Mit diesem Wort ist ein ständiges Versorgen gemeint. Vom Wort Corregeo, das mit Choreograf verwandt ist. Da ist jemand, der eine Tanzgruppe anleitet. Damals gab er ihnen ihr ganzes Essen und ihre Kostüme. Alles. Gott, der euch gibt. Das Griechische ist hier sehr schön. Gott, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Und auch das Wort wirken ist hier ein ständiges Wirken. Er lässt stetig Kräfte wirken. Möchtest du, dass Gott in deiner Familie, in deinem Leben, an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Gemeinde stetig wirkt und Wunder schenkt? Darum geht es. Und warum erleben wir das nicht? Nun, lesen wir hier, tut Gott es durch Werke des Gesetzes? Durch unsere Kraft, unsere Anstrengung? Indem wir das Gesetz halten? Auch wenn es vor den Leuten von außen so gut aussieht, ist das alles eine Illusion, weil es dich zum Sündigen bringt. Oder durch die Verkündigung vom Glauben. Ich behaupte, dass das der Grund ist, warum man oft keine Wunder im Leben der Menschen und in den Gemeinden sieht. Aus diesem Grund, weil sie immer noch unter dem Gesetz sind. Sie werden sagen, wir sind nicht vollkommen unter dem Gesetz. Und ich stimme zu. Sie haben das gleiche Problem wie die Galater. Sie nehmen die Gnade an, aber sie halten auch das Gesetz. Und das ist noch schlimmer. Man hat genug Gnade, um sich selbst zu täuschen, sodass man glaubt, man sei unter der Gnade. Aber man holt das Gesetz dazu und macht damit die Wirkung der Gnade zunichte. Denn so nimmt man die Gnade und füllt sie in alte Weinschläuche. Dann verliert man beides, sagt Jesus. Habt ihr das soweit verstanden? Was sollen wir also tun? Wie viele von euch haben schon einmal gehört, manche kommen nur am Sonntag in den Gottesdienst und setzen sich hin und hören und hören. Besonders in der New Creation Church. Sie machen nichts außer zu hören. Sie gehen nie los und tun etwas. Zuerst einmal, haben sie euch gefragt? Sie wissen es gar nicht. Sie beurteilen euch einfach anhand ihrer eigenen Vorurteile, nicht wahr? Wen meinst du damit, Pastor Prince? Ich weiß es nicht. Ich rede einfach. Ich rede einfach. Sie sagen, sie setzen sich hin. Und manchmal sagen sie auch Dinge wie, sie wärmen die Kirchenbänke und hören und hören. Aber sie gehen nie los und tun etwas. Mit anderen Worten, tief im Inneren glauben sie, dass die Werke des Gesetzes wichtiger sind als die Verkündigung vom Glauben. Aber ich glaube, dass man zuerst kommen und Nahrung empfangen muss. Jeder gute Hirte weiß, dass er die Schafe füttern muss, die schwach sind, bevor er ihnen sagen kann, was sie tun sollen. Sonst würden diese armen, schwachen Schafe nur herumwackeln. Ich versuche mein Bestes. Ah, jetzt seid ihr wach. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Sehr gut. Man muss die Schafe also füttern und nicht schlagen. Aber das Schaf kann nicht mal richtig laufen. Das ist ein schlechtes Zeugnis. Ich muss es schlagen. Füttere das Schaf um Himmels Willen. Füttere es immer weiter. Aber es soll sich richtig verhalten. Nein, füttere es einfach weiter. Eines Tages wird es stark sein. Eines Tages wird es so laufen können, wie du es dir von ihm wünschst. Die Verkündigung des Glaubens ist also wichtiger. Höre stets auf die Verkündigung. Aber Pastor, ich glaube, ich mache zu wenig. Du machst mehr, als du denkst. Und das Beste daran ist, dass du es unbewusst machst. Du strahlst mehr, als du denkst. Und das passiert nicht durch Machen. Es passiert durch Hören. Man erkennt den Unterschied zwischen anderen Leuten und den Leuten aus der New Creation Church. Man erkennt sie überall. Wenn man sie im Einkaufszentrum sieht, haben sie immer dieses unglaubliche, breite Pastor-Lawrence-Lächeln im Gesicht. Oder das von Pastor Mark. Pastor Mark ist noch extremer. Ehrlich, sie scheinen immer zu strahlen. Wendy und ich merken das immer wieder. Wir sind natürlich voreingenommen. Es ist unsere Gemeinde. Es sind unsere Leute. Also sind wir stolz auf sie. Aber wir sagen das immer. Und ich glaube, dass wir objektiv sind, wenn wir sagen, dass man die Leute aus unserer Gemeinde erkennt. Sie strahlen eine Freude und ein Leuchten aus. Eine Freude und ein Leuchten. Denkt also daran. Das ist heute eine ganz einfache Wahrheit. Seht ihr, was sie hier aufgegeben haben? Sie opferten ihre goldenen Ohrringe. Und das Bild hier haben wir anhand der Bibel bestimmt. Das Gewicht eines halben Schäkels symbolisiert das Verkündigen der Erlösung. Es steht für das Verkündigen von Christus. Es geht also nicht nur darum, etwas über irgendeinen Teil der Bibel zu hören. In meiner letzten Predigt vor meiner Reise nach Israel ging es um 3. Mose 27. In der natürlichen Welt wirst du nach deiner natürlichen Kraft beurteilt. Und dementsprechend ist die Zahlung. Wenn du älter wirst, wird die Zahlung geringer. Das ist eine Tatsache. Aber wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir sind nicht unter dem, was natürlich ist. Wir sind unter, sie werden laufen und nicht matt werden. Sie werden gehen und nicht müde werden. Warum? Weil wir auf den Herrn harren. Wir sind also nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht unter der Forderung des Du sollst nicht, Du sollst nicht. Der Kern des Gesetzes ist Forderung. Der Kern der Gnade ist Versorgung. Ich werde dies für dich tun. Ich werde das für dich tun. Ich werde dir deine Sünden vergeben. Ich werde dein Gott sein. Es ist so wunderbar, unter der Gnade zu sein. Aber geh nicht zurück. Der Teufel will dich immer zurückholen und davon abhalten, auf die Botschaft des Glaubens zu hören. Es macht mich traurig, wenn Pastoren ihre Predigten immer kürzer und kürzer machen, weil sie denken, dass sie damit der Welt gefallen, weil TikToks kurz sind. Wir leben in der Zeit von TikTok. Alles ist verkürzt. Es gibt nur noch Häppchen. Die Leute können nur noch Häppchen verarbeiten. Wenn man sie an Häppchen gewöhnt, werden sie auch nur noch Häppchen essen. Wenn du ein Kind von klein auf an etwas gewöhnst, auch wenn es noch so fade ist wie eine Sojabohne, dann wird es immer wieder zu diesem Geschmack zurückkehren, wenn es älter wird. Es wird immer wieder zu diesem Geschmack zurückkehren. Es ist deine Entscheidung, was du ihnen gibst. Sag nicht nur, überlass sie nicht der Welt. Du bist es, der ihnen zu essen gibt. Wenn sie einmal das Wort von Christus geschmeckt haben, werden sie mehr davon wollen. Habe ich recht, Gemeinde? Wie war es bei den Leuten, die zu Jesus kamen, während er auf der Erde war? Damit will ich schließen, okay? Lukas 5. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus. Und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Warum kamen sie zu ihm? Zuerst, um ihn zu hören und dann, um geheilt zu werden. Manche bringen einen Verwandten oder einen Freund zu ihrem Pastor und sagen, Pastor, würdest du bitte für ihn beten? Und natürlich wird der Pastor beten. Warum? Weil er ein Pastor ist und dich nicht enttäuschen will. Und weil er dich lieb hat. Du bist ja sein Gemeindemitglied. Wenn du jemanden mitbringst, der das Wort noch nie gehört hat und nicht bereit ist, zum Gottesdienst zu kommen, oder nie die Chance hatte, eine Predigt von Pastor Prince zu hören, wenn es um diese Gemeinde geht. Was passiert dann? Sie wollen, dass man für Heilung betet. Aber siehst du, wie diese Leute hier Heilung empfangen haben? Sie kamen zuerst, um zu hören und dann, um geheilt zu werden. Im nächsten Kapitel sehen wir die Tendenz. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Wieder die gleiche Reihenfolge. Sie kamen, um zu hören und geheilt zu werden. Auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren. Und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge, ich liebe es, die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Kein Superheld kann Jesus das Wasser reichen. Sie sind alle nicht real. Aber die Welt läuft ihnen nach, weil sich unsere jungen Leute nach Jesus sehnen. Schaut her. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ich war erst vor einigen Tagen dort in der Gegend von Galiläa. Kraft ging von Jesus aus und er heilte alle. Wunderschön. Was hat Jesus also getan? Das ist der Dienst von Jesus. Und mit diesem Vers will ich schließen. Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte, verkündigte, sag, verkündigte, das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Die Leute kamen also, um zu hören, und Jesus verkündigte. Sie kamen, um zu hören und um geheilt zu werden. Denk daran, denk immer daran. Jetzt gerade liegt ein besonderer Segen auf uns. Natürlich heilt Gott, wie er will. Manchmal heilt Gott, wenn ein besonderer Segen auf uns liegt. Und ich bitte euch alle mit mir dafür zu beten, dass das immer öfter in einem Gottesdienst passiert. Aber das sind eher die Gaben des Geistes. Sie wirken, wie der Geist will. Der normale Weg für den Gläubigen ist, dass er zuerst hört und dann der Glaube kommt. Und dann wird er empfangen. Wenn du nicht empfängst, dann frag dich, hörst du die Botschaft von Christus? Achte darauf, dass es die Botschaft von Christus ist. Als die Frau mit den Blutungen von Jesus hörte, drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran. Ich möchte euch noch ein kurzes Zeugnis vorlesen, und dann dürft ihr gehen, okay? Dieses Zeugnis kommt von einer Schwester aus Singapur. Es hat uns erst vor ein paar Tagen erreicht. Ich wurde mit einem Defekt am linken Auge geboren, mit Narben auf meiner Netzhaut. Darum konnte ich 55 Jahre lang nur mit meinem rechten Auge sehen. Mein einziges gutes Auge ist aber stark kurzsichtig, und ich hatte in diesem Auge auch einmal ein akutes Glaukom. Ein akutes Glaukom. Mein Augenarzt fürchtet, dass meine Netzhaut, die durch die starke Kurzsichtigkeit gedehnt und dünn geworden ist, mit der Zeit ebenfalls Narben bekommt und sich eine degenerative Myopie entwickelt, die zu Blindheit führen kann. Ich arbeite in einem internationalen Bauunternehmen und muss bei meiner Arbeit nah am Computerbildschirm sitzen und Bauzeichnungen lesen. Vor kurzem konnte ich auf einmal mit meinem rechten Auge nicht mehr deutlich sehen. Ich hatte einen diagonalen Streifen in meinem Blickfeld, und meine Sehkraft wurde so schlecht, dass ich den Text auf meinem Laptop nicht mehr lesen konnte. Ich konnte auch nicht mehr die Treppe hinuntergehen, weil ich so wenig sah. Zwei meiner Kollegen mussten mir helfen. Ich konnte sehr wenig sehen, und mein Auge tat weh. In dieser schwierigen Zeit hörte ich ... Ich hörte. Ich hörte. Hörst du? In dieser schwierigen Zeit hörte ich auf Gospel-Partner verschiedene Predigten von Pastor Prince. In einer seiner Predigten von 2002 sagte er, dass es der bessere Weg ist, zu glauben, der bessere Weg zu Heilung, zu glauben, was Gott in seinem Wort gesagt hat, wie der Hauptmann, der zu Jesus kam, damit sein Diener geheilt wird. Gott zeigte mir auch, dass ich über seine Versprechen nachdenken sollte. Glaube stieg in meinem Herzen auf, als ich die Botschaft von Christus immer wieder hörte. Ich habe dieses Zeugnis erst gestern Abend gesehen. Meine Predigt war schon vorbereitet. Aber seht ihr, wie alles zusammenpasst? Sie schreibt sogar über die Botschaft von Christus. Glaube stieg in meinem Herzen auf, als ich die Botschaft von Christus immer wieder hörte. Einige Wochen später betete Pastor Prince während eines Sonntagsgottesdienstes für Menschen mit Augenerkrankungen, und ich nahm die Heilung für mich in Anspruch. Am nächsten Tag merkte ich, dass der diagonale Streifen über meinem Blickfeld verschwunden war. Ich konnte ... Wartet noch mit Klatschen, das ist der letzte Satz. Ich konnte den Text auf meinen Geräten wieder lesen und sogar dieses Zeugnis tippen, um von dem großartigen Wunder Gottes in meinem Leben zu erzählen. Lob und Ehre gehören allein unserem himmlischen Vater. Preis den Herrn! Gebt Jesus die Ehre! Halleluja! Danke, Herr! Danke, Herr! Welchen Problemen du auch gegenüberstehst, dies ist der Schlüssel dazu, alles zu empfangen, was Gott getan hat. Manche Stimmen sagen dir, dass Hören allein nicht genüge. Mach dir keine Gedanken um das Tun. Hör zu, wenn du lange genug hörst und lange genug Nahrung bekommen hast, wirst du auch handeln. Es ist dann, als hättest du all diese Kraft in deinem Inneren aufgestaut, und dann musst du etwas tun. Vielleicht verstehst du es besser mit dem Bild eines Sportlers. Er ist voller Kraft. Er rennt und rennt. Er ist voller Kraft. Er will etwas tun. Aber die Kraft kommt zuerst. Viele von uns versuchen Dinge zu tun, für die wir gar keine Kraft haben. Also iss, höre. Höre, um einen Weg aus der Krankheit zu finden. Höre, um einen Weg aus der Depression zu finden. Höre, um einen Weg aus dieser Schuld und Verdammung zu finden. Höre, um einen Weg aus all dem herauszufinden, mit dem der Teufel dich einschränken und zurückhalten will. Höre, um einen Ausweg zu finden. Der Ausweg ist das Hören auf die Botschaft von Christus. Besorge dir Predigten über Christus. Und zwar über den Christus, der uns in den Evangelien offenbart wird. Und über Christus in seinem vollendeten Werk, das uns die Gnade geschenkt hat, unter der wir alle stehen. Dieses wunderbare Zeitalter der Gnade. Wenn du nun sagst, Pastor Prince, ich möchte meinen Glauben auf Jesus Christus setzen. Und ich möchte es heute machen, gleich jetzt. Ich möchte es nicht mehr aufschieben. Ich verstehe es. Wenn du das möchtest, dann bete das folgende Gebet mit mir. Sag, Vater im Himmel. Du hast in deinem Wort gesagt, wer Jesus als den Herrn bekennt, der wird gerettet. Ich danke dir, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und ich glaube, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Er wurde von den Toten auferweckt, als ich gerechtfertigt und von all meiner Schuld befreit war. Und ich glaube, dass er heute lebt und zu deiner Rechten sitzt und dass er wiederkommt. Jesus Christus ist mein Herr, mein Retter und mein Gott. Ich bin gerettet. Glorreich errettet. Im Namen von Jesus. Steht alle auf. Preist den Herrn. Hebt alle die Hände hier im Saal. In der kommenden Woche, und ich sage das nicht nur als Floskel, ich glaube, dass Gott all das für die kommende Woche freisetzen und bewirken wird. Der Herr segne dich und deine Familie in dieser Woche mit dem Segen von Vater Abraham. Mit dem Segen aus 5. Mose 28. Und der Herr behüte dich und beschütze und bewahre euch alle in dieser Woche, vor jedem Schaden, jeder Gefahr, jeder Krankheit und vor allen Mächten der Finsternis. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er lächelt dir stets zu. Er lasse deinen Weg gelingen und sei dir gnädig. Mögest du überall Gunst finden, wohin du in dieser Woche auch gehst. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Shalom, Frieden, Gesundheit und Wohlergehen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr könnt gehen. Ihr Dismiss.